Hi Leute, Willkommen zu einem weiteren Part von Conquer Spirit 40. Ich nehme das ganze nach dem letzten Banjo-Kazooie-Part auf. Ich weiß gar nicht wann das der letzte Part war. Auf jeden Fall. Geht der wie ein Wiener-Tagel. Ich habe auch keine Ahnung wie es hier weiter geht. Hierraum hat es ja eh nicht so alle. Zeigt ihr manchmal solche Fehler. Habt ihr wahrscheinlich im ersten Part schon gesehen. Aber allgemein weiß ich gar nicht wo ich hier hin soll. Aber Conquer hat genauso einen Remake verdient wie Banjo, Mario 64 und so. Ich habe es ja schon gesagt. Klar es hat ein Remake bekommen. Aber der war so scheiße. Ich muss ja... Ich muss ja... Ich spiele sie hier in Europa schienen. Ich spiele sie in Europa schienen. Oh ja! Die Leib kommt schon ein! Und es macht uns tolles Ding! Das haben Kinder bis später, Junge. Das ist es. Das ist es? Ja. Okay, ich brauche mich. Junge, seit wann kifft eine Vogel... äh, was für kiffen? Trinkt eine Vogelschrölle. Junge, das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist irgendwie so... saufen bei ihm. Ja. 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 Oh! Wurde, wenn ich den... Sehr, sehr, sehr weil... Ich hab keine Ahnung, was mit dieser Raum los ist. Liegt auf jeden Fall nicht am Immolator? Nein, nein. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das bekiffte Eischönchen, Junge. Steht euch vor, ihr könnt nicht schwimmen. Ihr sprengt einfach ins Wasser und habt direkt schon diese Schwimmflügel an. Hier geht es ja gar nicht weiter. Heißt, ich muss zurück. Na, der geht so lahm, Aschi, weil er betrunken ist, bla bla bla. Keine Ahnung, ob der auch Drogen nimmt. Milch, oder? Oh, nur was ich brauchte. In Wahrheit, es scheint mir zu sein, dass sie mir nur was ich brauchte, in diesem Moment in der Zeit. Oh, ich sehe, was er bedeutet. Kontakt-sensitive. Clever. Oh, ich fühle mich besser. Right, wir sind hier. Oh, und von der Warte, wenn du für irgendwelche Grund, wenn du immer noch die ganze Kette schickst, dann schaust die L-Button. Aber du musst sie zumindest einmal sehen. Okay, dann versuche ich jetzt nochmal hier irgendwas zu machen. Hey Leute, der ist nicht mehr betrunken. Geil. Also, der hat mich beleidigt. Also, fuck, wie nimmt das? Ich will Möhre nehmen. Egal, dann schwimmen wir halt mal ein bisschen besser. Wir hoffen, dass es jetzt halt geht. Oh, ich kann nicht mehr sehen, dass ich mich nicht mehr betrunken kann. Ich bin sicher, dass es etwas ist. Gucken, ich hoffe nicht, dass dieser Zensierbalken draufgenommen ist. Okay, wird er nicht. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hey, warte mal. Okay, es geht vom Platz. Ja, du willst eine Smooth Setup, ja, naja. Oh, ich hätte kaum geklappt. Weil ich würde ja auch gerne für das N64 stand, aber es kostet zu viel. Also, dann, was war das? Oh, ja. Press A, zu jumpen extra high. Dann A again, zu tun das lustige Helikopter-Tail-Tail-Tail. Das macht mich aufhörbar. Hm. Ich sollte einfach über die Gapen über die Gapen. Ähm, are you sure you've got that? Schwimmen. Das mal wieder zurück. Weil. Äh, lol. Ich muss da ja auch irgendwie rum. Ich komm da ja nicht so einfach hin. Hm. Fäng ich ja gar nicht. Weil ich versuchen kann, ist... Lol. Nein. Nein. Das geht halt wirklich hier. Na ja. Dann können wir hier nur nur... Runter. Und hier geht's ja auch weiter. Hell, lol. Oh, ich bin auch dumm. Da oben geht's ja weiter. So. Dann geht's einfacher. Uh, dad. Junge. Uh. Ah. Okay, wir haben es geschafft. Halb, halb. Denk dran, denk dran. In diesem Part wollen wir eigentlich hier nur raus. So war es. So war es zumindest der Plan von mir. So war es. So war es, wie ich mich vorhin bin. So war es, du weißt. So war es, du weißt. Ich dachte, es war Zeit, um zu einer Brücke zu gehen. Aber ich bin nicht weitergegangen. Jetzt geht der Ton. Okay. Ist es ein bisschen früh im Tag, um zu sprechen über gothse Architektur zu sprechen? Well, if you care to come a bit closer, we can discuss things of another nature. Nicht so ernst. Who's this guy? If you think you're coming this way, you can think again. Oh. You're a real charm. I just want to get past, please. No, I don't think so. I've only just got comfy. Have you ever sat on a piece of Gothic architecture for 200 years? Gets right up your arse, you know. Thought it was about time to move onto a bridge, say. And I'm not moving now. Isn't it a little bit early in the day to start talking about Gothic architecture? Well, if you care to come closer, we can discuss things of another nature. Somebody get me! Was? Das wäre sogar fast geklappt. Das wäre dann fast geklappt. Fast. Geht das überhaupt? Now we're talking about... Now... O butcher... Am I? Do you want to smoke a entsprechanter? Hazel to buy it. Agh. The cat is green and he doesقول for something like this. Das ist ein brutales Spiel. Das einzige, was ich jetzt noch machen würde, ist einmal kurz da zurückgehen, um zu gucken, ob das Tor geht. Und wenn nicht, wohl warte. Dann gehen wir jetzt wieder einfach zurück, der Sausack will uns ja eh nicht vorbeilassen. Zinfo. Okay, Leute, ich beende hier den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.